Hallo meine lieben Freunde und Freundinnen da draußen, die ihr voll euren Geräten sitzt und diese Folge anschaut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Adnungslos TV, bei Star Trek Online, beim Klingonischen Bürgerkrieg, immer noch mittendrin. Und ja, wir müssen gleich nochmal eine letzte Schlacht kämpfen und hoffen, dass wir gewinnen. Eigentlich werden wir gewinnen und wir haben es in der letzten Folge schon alles mitbekommen. Der Captain Cutrak wollte einen Selbstmordkommandantat machen, also einen Selbstmordangriff machen. Und wer weiß, ob er das am Ende doch macht. Wir werden jetzt erstmal auf Gefechtsstation gehen und hoffen, dass er dann jetzt gleich ankommt. Ihr Angebot ist abgelehnt, Admiral. Ahnungslos, Ende. Hihihihi. Meine Hörg-Einsatzgruppe ist auch gleich wieder einsatzbereit, das ist auch schön. Wir werden mal den ganzen kleinen Kram wegmachen hier. Oh, da kommen wir noch mehr. Noch mehr kleinen Kram, okay, gut. Sollen wir doch lieber erstmal den großen kleinen Kram wegmachen. Oh, wie, ich glaube, ich habe alles gezündet. Er hat es doch gemacht. Warum? Ich hätte ihn so in den Händler getreten, das wäre doch gar nicht, hätte doch gar nicht Not getan. Hätte doch gar nicht Not getan, dass ich das war. Das ging schnell. Und Getragwerb umsonst gestorben. Der Kampf gegen Jimpok ist noch nicht vorbei. Fortwarn, okay, kaplah. Was ist hier los? Also gut, wie sieht der Plan aus? Also gut, Steuermann, setzen Sie einen Kurs zum Kuvat-System. Und das nächste ist es hier, was wir befreiten. Hahaha, wir werden so was für Teddy machen. Hahaha. Es können jederzeit neue Elachi eintreffen. Wir müssen uns beeilen. Und sie brauchen noch Zeit, um sich neu aufzustellen und uns zu antworten. Rote Alarm, alle Mann auf Gefälltsstationen. So, jetzt geht es endlich los. Genug mit dem Rumgelampel hier. Ja, gar nicht so schlimm hier. Alles. Hahaha. Ja. So, jetzt ab zum Riss, um den Riss zu machen. Awww. Ich weiß deine Gesichter. Du hast Olof House Mokai gesehen. Deine Kräben-Wettbewerke verletzt, Kuba, und verletzt viele Klingons. Warum bist du hier? Du kommst für deine Schuld? Ja. Ja, ich komme um die Welt der Mokai von diesen Angriffen. Meine Alliaten und ich verletze, zu stoppen die Elachi, und diese Rippe für immer! Und wie weiß ich, dass das nicht mehr von deinem Mokai-Wettbewerken ist? Worte lieben, die Sie verletzten, vor dem Klingeln? Du hast meine Worte von Honor, meine Worte von General Nartok. Ich glaube, dass das nicht genug sein wird. Ich habe gehört, dass Sie von uns wieder in den Rippen gegangen sind, L'Rev. Es bemerkt mich, dass die Geräusche wahr sind. Wenn Sie und Martok sind bereit, zu kämpfen, zu kämpfen, dann mache ich das auch. Eine weitere Entscheidung, Käpt'n. Wir tun, was wir können, Käpt'n. So, kann ich jetzt da mal den Riss zumachen hier? Den Riss schließen. Was? Achso, okay. Da kommt bestimmt gleich wieder welche raus, dann noch. Kann noch nie alles gewesen sein, was er bis jetzt war hier. Ja, ich habe den Riss auch geschlossen. Hier geht doch, wollte ich sagen, ich habe den Riss geschlossen. Wir sind aber jetzt jetzt aber auch was los hier. Ja, ein paar Hörkel-Dinger hier. Au, 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 au. So, auf zum nächsten Riss. Einen haben wir noch. Bestimmt auch wieder welche raus. Natürlich kommen wir wieder hier raus. Ja. Ich habe es nicht geschafft. So viele Schiffe. Da sind ja auch noch welche. Was macht der denn? Achso, kleine Shuttles. Faktor-Strahlen-Minen. Kann ich jetzt den Riss zumachen oder? Ich mache hier mal die Minen nochmal weg. Das ist noch ein Escort-Schiff. So, jetzt kann ich ihn aber zumachen. So. Jetzt muss ich noch aus dem Kampf kommen. Du, 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 du. Sammeln im Weckfehl. Du, 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 du. Nein, ich bin mir sicher. noch einer. Wie könnte sich der jetzt schon wieder geöffnet haben? wir werden ein paar scans durchführen müssen um zu sehen was machbar ist ich bin hier mal gespannt bestimmt gleich was da was großes raus da sind sie die gleichen werte wie ich und warum es ist unsere technologie können sie ein signal sein um sie abzuschalten was ist also unser nächster zu es gibt doch nur eine möglichkeit was man könnte einverstanden wir sehen uns auf der anderen seite nur gut ab auf die andere seite des risses wieder ins mit ziel gebiet das werden wir machen aber das werden wir leider erst in der nächsten folge sehen damit ihr das auch mit seht müsst ihr dann auch in der nächsten folge dabei sein genau deswegen mache ich sowas an den spannendsten stellen höre ich hier mal auf damit ihr in der nächsten folge auch wieder mit zugucken müsst also seid gerne wieder mit dabei und lasst uns gemeinsam herausfinden was dann drüben auf der anderen seite noch so für schrecken und auf uns lauern wünsche euch bis dahin wie immer alles alles gute und seit gern beim nächsten mal mit dabei auf wiedersehen begin begin ab und in 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 Vielen Dank.